Wiesnhofer Experten-Tipp Moin, liebe Bärde-Fans. Herzlich willkommen beim Wiesnhofer Experten-Tipp. Heute mache ich den zweiten Spieltag. Ein wichtiger Spieltag für uns. Fangen wir an. Gladbach-Union. Ja, ich glaube, Gladbach ist schon ein 3-0. Leverkusen-Leipzig. Ich weiß nicht, wie gut Leverkusen im Moment ist. Aber ich denke, 1 zu 2. Hoffenheim-Bayern. Ich glaube, Bayern ist im Moment zu stark. Und die werden es leicht haben. Es wird dann auch ein 0-3. Freiburg-Vosburg. Ja, dann würde ich auf ein Unentschieden. Ein schönes 2-2. Hertha-Frankfurt. Würde ich auf Hertha tippen. Aber ein knappes 1-0. Mainz-Stuttgart. Ich weiß nicht, wie stark Stuttgart ist im Moment. Dann sage ich eine 1-1. Augsburg-Dordmund. Dortmund. Das ist für mich ganz klar. Dortmund. Das wird ein 1-4. Bielefeld-Köln. Ja, dann sage ich eine 0-0. Ein ganz langweiliges Spiel. Mit 0-0. Schalke-Werder wäre für uns wichtig. Das wird ein 0-2 werden. Das war's.